Bist du schon mal alleine, ob die Sitzposition passt? Ihhh, jetzt passt das schon mal nicht. Jetzt geht's wieder. Stimmt alles? Wir machen jetzt hier mit Absicht ein Outtake, was sowieso niemals verwendet wird und gar nicht, überhaupt nicht zu sehen sein wird, jemals. Ach übrigens, äh, was wollte ich denn sagen? Aua, äh, ah, 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 ah. Das ist ein Outtake, Mann Lars, darfst du nicht ausrasten? Ja. Das ist ein Outraster. Hä? Mercedes? 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 Was? Hä? Mercedes? So, also, Position stimmt. Okay.